Es war am 17. Mai 2004. Es war ein wunderschöner, sonniger Tag in München. Meine Freundin und ich, wir hatten gerade ganz lecker indisch gegessen. Wir stiegen in meinen quietschgelben Twingo und fuhren los. Und da kam ganz plötzlich von links ein silberner Mercedes über die Kreuzung gerast. Und es krachte. Der Fahrer hatte die rote Ampel übersehen. Damit war mein schönes Leben erst mal vorbei. Es ging steil bergab und kein Arzt und kein Therapeut konnte mir helfen oder meine Schmerzen lindern, denn ich hatte eine ganz gravierende Kopfgelenksverletzung davongetragen. Aber ich hatte sehr viel Glück, denn ich habe Heilung durch alternatives Heilen, durch energetisch geistiges Heilen gefunden. Und es geht mir gut. So gut, dass das Heilen zu meinem Beruf geworden ist. Und ich habe die erste Klinik für geistiges Heilen in Deutschland gegründet, mit der daran angeschlossenen internationalen Heilerschule Ecole Saint-Esprit. Deshalb liegt mir meine heutige Bitte ganz besonders am Herzen. Nach vielen Jahren durch und durch positiver Erfahrung mit dem alternativen Heilen, bitte ich dich um Unterstützung für einen Film genau zu diesem Thema. The Cure, auf Deutsch die Heilung. Es ist ein Film produziert von dem berühmten Hollywood-Schauspieler Emmanuel Etier mit Sharon Stone als Produzentin. Letzten September hatte ich die große Ehre, Emmanuel Etier auf meiner Veranstaltung, den Heilertagen im Chiemgau, zu begrüßen. Ich freue mich unendlich darüber, dass ich und einige Absolventen der Heilerschule in dieser Dokumentation von Emmanuel Etier und Sharon Stone zu Wort kommen. Ich freue mich, dass er in unserer Schule gedreht hat, in der Klinik und auf dem Festival und dass wir über meine Heilmethode Amazing Grace geredet haben. The Cure, dieser Film ist eine weltweite Dokumentation alternativer Heil- und Lebensweisen. Er wird sehr viele Methoden entdecken, aufzeigen und bekannt machen und dadurch sehr vielen Menschen helfen. Ich lade euch, dich heute dazu ein, auch ein Teil dieses kraftvollen Werkes zu werden. Ich bitte dich um eine finanzielle Unterstützung dieses Films. Werde ein Sponsor von The Cure, die Heilung. Damit bist du aktiv daran beteiligt, dass viele Menschen Informationen erhalten, die sie zurück zu ihrer Kraft bringen, dass für viele, viele Menschen Leidenswege enden und dass sie zurück zur Gesundheit finden. Und du bist bei einer Bewegung mit dabei, die diese Welt tatsächlich ein bisschen besser macht. Als Dankeschön für deine Unterstützung bieten wir dir kostenfrei eine dieser sensationell wirksamen Amazing Grace Heilsitzungen an und zusätzlich bekommst du von mir das Buch Amazing Grace, die neue Dimension der Heilung als weiteres Dankeschön. Folge einfach diesem Link und werde Sponsor. Ich danke dir jetzt schon dafür und viele, viele andere werden sich auch über deine Unterstützung freuen. Herzlichen Dank!